servus leute und herzlich willkommen zu einem steuer im vlog hier auf meinem kanal heute geht es wieder zu österreich match österreich gegen deutschland ein richtig geiles match zuletzt ging es ja 22 für österreich aus heute mein tipp 321 ja zur aktuellen situation österreich sehr sehr krank und zweiter in einer ganz soliden gruppe für die em haben es auch qualifiziert und deutschland zurzeit im struggle haben nicht die durch gut haben nicht die beste form gegen türkei 3 2 verloren deswegen mein tipp heute ein bisschen höher 321 ja wenn euch das video gefällt dass kein like und abonnieren viel spaß mit dem video heute kein wettercheck denn das match ist in der nacht wir haben erst 17 uhr schon stark dunkel und es wird ein geiles fluglichtspiel visca bass hat auch beim letzten vlog gesagt dass auch er da sein wird vielleicht bekommt man das ein oder andere foto so ja und mit einem kräftigen Applaus unseren Tor-Männer. Meine Damen und Herren, begrüßt euch mit einem kräftigen Applaus die Nummer 1 Alexander Schlager. So meine Damen und Herren, es dauert nur noch wenige Minuten. Die guten Seelen des Fußballs in Österreich schickt uns ein Video und stellt uns dabei die gute Seele eines Vereins vor und Jugendleiter oder Leiterin. Alle Infos gibt es auf www.bfb.at.de. Das ist das, was ich. Das ist das eine gute Idee. Die Leute, die sind ohne sich, dass sie und die Leute hier sind. Das ist das eine gute Idee. Wir haben ja schon mal gemacht. Das war die Idee. Das war die Idee. Sing in the world, be alive, oh, 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 that's never seen some good. Die Pfanne, kommt zum Augen in die Pfanne, auf geht's. Dass Sie sich jetzt von Ihren Plätzen erheben. Oh! Schanier! Schnaier! Scher senhor schmerzen! Mit der Nummer 6, Nikolas, unsere Nummer 8, David, mit der Nummer 9. Es wird mir gewünscht ein schönes, fähres, freundschaftliches Lägerspiel. Jetzt geht's noch! Oh! Wow! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's! Ja! 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 Die Häusche, auch der Niederlande, Masei! Zabitza! Zabitza! Masei! Zabitza! Nur in der Stichkamp! Ein! Null! Null, ρώ! 2-0! Wir haben die Eins zufältigen! аты 1-0! G musique Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Penalton. Schöne, 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 Schöne!